Als die Bilder laufen lernten. Wir laden euch ein zu einem Filmprojekt aller ESG'n im Rheinland. Es darf ruhig auch ein bisschen schräg sein. Und ihr könnt euch auf den Kopf stellen. Hauptsache ihr seid dabei, ob vor der Kamera, ob hinter der Kamera, ob beim Texte schreiben oder erzählen. Und wenn ihr Lust habt, den ersten Werbespot über ESG'n zu drehen, dann meldet euch an. Ich bin Christiane Neufang und arbeite als Pfarrerin an der ESG. Das steht für Evangelische Studierendengemeinde in Köln. Und ich habe mal beim WDR gearbeitet. Allerdings war das nur im Radio. Und einen Film habe ich selber auch noch nie gedreht. Das würde ich gerne mit euch zusammen machen. Ich habe schon mal einen Film gedreht. Ich bin Anna Neumann, ich bin Online-Journalistin und da macht man sowas schon mal, Clips drehen. Allerdings spielt das jetzt gar keine Rolle, weil den Film sollt ihr machen. Genau. Das Formular für die Anmeldung findet ihr auf der Website. Die Adresse ist hier eingeblendet.